Dieses Video wird präsentiert von GamesPlanet. Für weitere Informationen schaut in der Videobeschreibung vorbei. Links gucken, rechts gucken, fahren! Ah, ich bin schon wieder hinten aufgesetzt, ey. Die armen Aluminiumfelgen. Sag mal, was läufst du denn auf die Straße? Hallo? Ich glaub's ja. Sind das alles Kackbratzen hier? So. Komm, fahr. Schlachthof. Hihi, so. Ich glaub, man sollte mit diesem Bus echt nicht zu viel Gas geben im Winter. So, das Schlachthilf. Schlachthilf! Will einer raus? Scheinbar nicht. So. Alle Linien, Oberhof. Dann fahren wir auch mal alle Linien, ne? Die nächste Halterstelle, Oberhof. Ai, 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 ai. Na, 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 na. So. Alle Linien, Oberhof! Steht da. Das ist so geil. Alle Linien. So. Entschuldigung. Ich weiß auch nicht, warum ich manchmal so rumschreie. Ich schreie doch gar nicht rum! Ähm, fuck, 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 fuck. Bahnhof Mitte, ZOB. Auftraggeber Stadt Gladberg. Planung Deutsche Bahn? Bauausführung Hoch- und Tiefbau. Erneuerung der Innenstadt nach neuem Konzept der EU. Aha, also das Ding hier wird neu gebaut. Das finde ich immer cool, wenn da sowas da beisteht. Guck mal, hier muss ich rein. So. Ach du Scheiße, was zieht denn der hier, ey? War nicht gewohnt. Ich glaube, hier liegt nur Schnee sichtbar drauf. Aber nicht, äh, sichtbar. So. Warum hörst du um vier auf? Ich höre um vier auf, weil dann der Frenkel-Livestream anfängt, da ich da Moderator bin. Und das sind dann anderthalb Stunden. Das sollte erstmal reichen. Vielleicht. Ich könnte ja, ich... Ich muss heute eh nochmal streamen, habe ich das Gefühl. Weil heute ist noch, äh, Abbruch-Simulator. Da habe ich noch... Da habe ich keine Folgen mehr für. Und ich möchte das Spiel nicht zu Ende bringen, damit ich mit dem Bausimulator anfangen kann. Und ich mir noch zulegen muss. Aber das werden wir sehen. So. Ui, 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 ui. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ey. Ey. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. So. Wo muss ich jetzt nochmal hin? Alle Linien. Entschuldigung. So. Ich muss jetzt gleich aber als allererstes mal aufs Klo, ey. Ganz ehrlich. Ui, ui, ui. Das mache ich mal gerade. Eine Sekunde. Das mache ich mal. Ich muss jetzt mal aufs Klo. Ich muss jetzt mal aufs Klo. Neh. Das mache ich mal auf. Bis dann oder jetzt mal. Au. Vielen Dank. Vielen Dank. Äh... Man hört jede einzelne Sekunde bei dir ticken. Ja, das ist meine Uhr. So. Ach ja. Ich hoffe, man hat es gerade gehört, wie ich meine Katze rausgeschmissen habe. Die saß nämlich auf dem Sofa. Blöde Drecksvieh. Ja, ich bin jetzt erschöpft, weil ich für euch grand bin. Sport. Ei, ei, ei. So. Kannst du in Walbert weiterfahren? Nein, ich fahre glatt weg zu Ihnen. Merkt es doch endlich mal. So. Hier, guck mal. Diese gute Ikea-Uhr. Die hört ihr. Ach, es geht heute auch noch mal weiter. So. Sehr schön hier. Oberhof. Nächste Haltestelle. Gute Platz. Oh Gott, die sind ganz schön flott unterwegs hier. Ja, man hat es gehört. Ja, gut. Dann habe ich auch noch einen Finger verbrannt, weil ich den Ofen nachgelegt habe. Naja. Nur für euch. For the team. Ah. Das. So. Wie findest du eigentlich aktuell... Ah. Arschloch. Ähm. Wie findest du eigentlich aktuell deinen Kanal? Läuft alles nach Plan? Wie findest du deine Abonnenten und Aufrufzahlen? Aufrufzahlen interessieren mich eigentlich nicht so wirklich. Ich mache das Ganze ja zum Spaß und nicht, um irgendwas zu erreichen. Abonnenten bin ich ziemlich heppig. Da ist heppig, dass jetzt sozusagen als Weihnachtsgeschenk 900 Abonnenten erreicht wurden. Das ist wirklich so... Boah, Leute! Ähm. Ja. Es läuft alles nach Plan. Nein. Ich habe eine solche Reihe an Spielen, die ich machen möchte. Habe aber nur so viele, die ich mit dem Zahlen machen kann. Ähm. Weil halt zweimal Omsi läuft. Das nimmt mir richtig viel Platz. Und dann läuft halt Far Cry, The Crew läuft, äh, Abbruchsimulator, Portal läuft. Davon sind zweimal schon mal Omsi. Und dann... Ja, es ist... Passt eigentlich alles gar nicht. Aber egal. Und deswegen bin ich da noch dran. Ich möchte jetzt Abbruchsimulator machen. Ich möchte den... Originalen... Habe ich nicht zufällig vielleicht hier. Warte mal. Eins, Füffner, Knoll. Den... Ich möchte jetzt aufholen. Keine Ahnung. Ich will nicht den originalen, allerersten... Microsoft Train Simulator mal spielen. Den muss ich auch nochmal irgendwann installieren. Ja, mal gucken. Und ich habe noch ziemlich viel vor. Naja. Das wird noch heftig. So. Aber sonst bin ich eigentlich ganz zufrieden momentan. Vor allem, weil auch die Entwicklung momentan so einen richtigen... Richtig kräftigen Boom hat. So. Warte mal. Jetzt muss ich mich erstmal wieder fangen. So. Äh, ja. Das ist schon schön momentan. Ich freue mich da voll. So. Ich habe auch schon mal überlegt, zwei unterschiedliche Omsi-Folgen zu machen. Ähm. Und zwar... Dann eben halt morgens die Folge, 14 Uhr. Irgendwie Map 1. Und nachmittags eine andere Map. Dass es immer zwei unterschiedliche Geschichten sozusagen sind. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. So. All die Linien aus der 255. So. Äh, habe eine Crew geschenkt bekommen. Und habe auch den Mini-Cooper-S-DLC. Ja, den habe ich auch. Ähm. Wie gesagt, die Crew... Ihr könnt gerne jederzeit... Sag mir einfach, wie ihr heißt auf Uplay. Dann füge ich euch hinzu. Und dann könnt ihr auch in die Crew rein. Ich bin momentan noch in eine andere Crew. Aber das sollte ja... Äh, fuck. Ich muss hier noch gar nicht halten. Da hinten erst. Äh, sollte aber ja nicht das Problem sein. Dann mache ich meine eigene auf. Ähm. Ja, bitte. Dann machen wir das einfach. Das ist... Finde ich cool. So. Pitbull. Hi. Kein Lenkrad? Nein. Ich werde mir auch wahrscheinlich keins holen. Obwohl ich da schon mal drüber nachgedacht habe. Aber nein, ich brauche es nicht. So. Den MSTS habe ich auch. Der ist richtig geil. Allerdings retro. Das ist der geilste Fahrzeug. Wie ich es gesehen habe, Alter. So. MSTS habe ich auch. Ja, MSTS ist auch weit bekannt. Das ist wirklich ein richtig gutes Spiel geworden. Damals. Mit den ganzen Patches auch, die da rausgekommen sind. Und Tramestore. Und... Boah. War das Ding damals tief. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut übrigens. So. Ja, Halsnaul. So. 98,7 Radio M. Schalippe. 100% von hier. 100% die beste Musik. Bieg. Tschuldigung. So. Ich muss hier, glaube ich, auch rechts. So. Ah ne. Die 254 biegt da nur ab. Und dann war Höldinger. Das stimmt eine Ansage nicht. So. Erik ist Fan der ersten Stunde. Ja, war ich auch damals. Mein Onkel hat mir das damals gezeigt, das Spiel. So. Wir müssen immer noch geradeaus. Talstraße. Nächste halte Stelle. Talstraße. So. Tön auf. Ich trinke gerade nochmal was, damit ich gleich wieder pinkeln muss. Mh, lecker. Und wieder rechts abbiegen und jetzt schön ausholen, sonst passt das wieder nicht. Ah. So. Ah, ich kann gerade nicht lesen. Ah. So. So, 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 so. So. Ich hatte alles. Ich habe selbst für German Railroads gearbeitet. Hast du garantiert nicht, Erik. Ich bin immer mit der geilen Arcella HHP8 gefahren. Oh ja, das war, oder der Dash 9, die war auch immer gut. Die nimmt Zentralfriedhof. So. Erik, du musst dir dann auch die Crew holen. Problem ist, bei Erik auf dem Rechner läuft das nicht. Ne. So. Ich bin wieder gemein. Scheiße. Scheiße. Raus. Warum funktioniert das nicht? Haha. So. Ganz ehrlich. Nur weil ich das Auto hinten aufgefahren bin, oder was? Ganz ehrlich, hier ist es doch. Warum fährt er jetzt nicht? Ach so. Hallo. Schädig ja gerne einen Vorwärtsgang. Ach, fick dich doch. Fahr doch rein. Genau. Schön, dass keiner mehr durchkommt. Du scheiß Kacksau. So. Doch. Habe da damals Aufgaben entwickelt. Ist klar, Erik. Ist klar. Wo ist denn jetzt hier der scheiß Zentralfriedhof? Das ist ein Scheiß. Schade aus. Ich war jetzt einfach drüber. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. So. War das etwa der Kack-Benz? Das sind alles Kack-Benz. So. Hör auf. Schneller. 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 Mach die Tür hinten zu. So. Rage. So. Ich werde schon wieder bescheuert. Ich wäre. So. Jetzt schreibt mich hier irgendeiner auf Skype. Ach nee. Der Frenkele ist beschrieben. Laptop-Test. Läuft. Nicht, dass er mir nachher hier wieder reinplatzt. So. Erik, kümmerst du dich mal bitte um den Harald? Der möchte jetzt wahrscheinlich gleich einen Test-Stream machen. Ich brauche dich hier eh nicht im Stream. Deswegen, äh... Nächste Haltestelle. Lange Straße. So. Hier will ja eh keiner rein. Zum Glück. So. Äh, ja, Erik. Bitte gucken wir mal, dass der Haralds... Haralds-Stream nachher läuft. Ah, geil. So. Irgend so ein Grape-Food-Saft ist. Das ist voll lecker. Ich habe hier aber noch Nachschub stehen. Orangen. Ah, ha, ha, ha. Ich habe vergessen zu bremsen. Sie haben sich in unerlaubter Weise vom Unfallort entfernt. Dies ist eine Straftat. Das ist eine Straftat.